Es gibt viele Wege, Ziele zu formulieren. Eine Möglichkeit sind die Pure-Kriterien, die sich auch auf weichere Zielsetzungskriterien konzentrieren. Moin Moin, ich bin Sebastian und wenn du mehr über Prozess und Empowerment erfahren willst und wie du mit Befähigen mehr erreichen kannst, dann abonniere diesen Kanal, um nichts zu verpassen. Viele Wege führen nach Rom und genauso gibt es viele Wege und Hilfsmittel, um Ziele zu definieren. So gibt es auch die Pure-Kriterien, welche sich auf die weicheren Aspekte eines Ziels konzentrieren. Sie stellen damit zum Beispiel eine gute Ergänzung zu der SMART-Methode dar. Wenn du dein Wissen dazu nochmal auffrischen willst, schau dir nachher unbedingt mal mein Video dazu an. Und wie so oft stehen die einzelnen Buchstaben des Wortes Pure jeweils für eine Eigenschaft des Ziels. Das P steht für Positively Stated, also positiv formuliert. Man sollte versuchen, seine Ziele positiv zu formulieren, also Worte wie Nicht vermeiden. Ich will das, anstatt ich will nicht das. Unser Gehirn mag nämlich keine negativen Formulierungen. So ist ein gutes Beispiel, das ich gefunden habe, unser Ziel ist die Erhöhung der Kundenzufriedenheit um 30%. Das ist besser als, wir wollen 30% weniger Reklamation haben. Am Ende wird wahrscheinlich beides gleich gemessen, aber durch die positive Formulierung ist es etwas, was sich für unser Gehirn erstrebenswerter anfühlt. Das U steht für Understood, also wurde das Ziel verstanden. Hat jeder Mitarbeiter verstanden, was wir erreichen wollen? Ist für jeden das Ziel klar und eindeutig? Und die Antwort bekommt man nicht, indem man sagt, ich denke schon. Die Antwort bekommt man, indem man mit den Mitarbeitern spricht. Man kann sich von ihnen mal das Ziel erklären lassen, um zu sehen, haben wir beide das gleiche Bild im Kopf? Bei dem R sind wir bei Realistic. Ist das Ziel realistisch? Sind wir überhaupt fähig, das Ziel mit unseren Mitteln, Ressourcen, Fähigkeiten und Erfahrungen zu erreichen? Hier können wir auch gleich das Thema, was brauchen wir, um das Ziel zu erreichen, angehen. Und bei dem E sind wir bei Ethical, also ethisch. Folgt unser Ziel moralischen Grundsätzen? Können wir das Ziel wertemäßig vertreten? Zum einen intern, also uns selbst und unseren Kollegen mit den Mitarbeitern gegenüber und zum anderen extern. Wie nehmen uns unsere Kunden dann wahr? Weil wenn wir eine der beiden Seiten ignorieren, kann das ganz schlimm ausgehen. Wenn die Mitarbeiter nicht hinter dem Ziel stehen und dadurch im Zwiespalt mit ihren eigenen Werten stehen, kann das nur böse enden. Und bei den Kunden ist es das gleiche. Seltenst sind wir der einzige Anbieter auf dem Markt. Kann dieses ethisch fragwürdige Ziel von uns den Kunden vielleicht dazu bringen, bei der Konkurrenz zu kaufen? Und wenn es dann am Ende schlecht läuft, ist die Frage, wie ihr als Organisation reagiert. Es ist zum Teil das gleiche wie bei einer Disruption. Wie reagiert das Unternehmen und seine Mitarbeiter, also du? In meinem anderen Video bin ich darauf eingegangen. Schau es dir unbedingt mal an. Und hat mein Video dir gefallen, dann habe ich mein Ziel erreicht und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Und abonniere meinen Kanal, damit du mehr über Empowerment und Prozesse erfährst und nichts verpasst.